Yo Leute, herzlich willkommen zu Tommy's Watch. Ja, ich habe einen Staudamm-Wall-Breach-Glitch für euch, der befindet sich da hinten. Aber kommen wir erstmal zu dem Thema, warum ich keine Videos hochgeladen habe. Ja, wie ihr wisst, habe ich immer noch so eine verdammte scheiß Erkältung, Leute. Ja, sorry dafür. Als Wiedergutmachung dafür werde ich heute zwei Videos hochladen. Einmal das und dann gleich noch direkt das zweite hinterher. Ja, dieser Wall-Breach befindet sich an diesem Ort der Karte. Also das ist hier unten, wo dieser Snackladen da ist. Dann fahrt ihr hoch, das ist nah bei der Pferderennbahn da unten. So, ihr müsst dann mit dem Auto hier hochfahren, fahrt dann, wie gesagt, da hin, klettert auf diese Leiter drauf. Aber macht nicht den Fehler wie ich, dass ihr euch jetzt da hinstellt, sondern ihr müsst nämlich jetzt ein Stück zurück, also da runter. Genau, wo ich jetzt runter springe. So, dann lehnt ihr euch an das Geländer, ganz weit nach rechts, springt und fliegt auf die Fresse und wir versuchen es noch einmal. So, wie gesagt, seid ihr dort angekommen, lehnt euch ganz weit rechts, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. So, zack und dreht euch um und zack, seid ihr in dem Wall-Breach drin. Wenn ihr ein Kopfgeld habt, euch die Kampfjets wieder abfacken und richtig nerven, holt sie einfach mit dem Panzer, mit der Panzerfaust runter, meine ich. Oder snipe ein paar Leute ab, wenn sie hier rumtun. Und ich bin nochmal raus und sag tschau, euer Tommy Sowatch. Peace.